Hallo zusammen! Wie du siehst, geht es heute um etwas Besonderes. Du siehst ein Ü in grün, ein J in blau und ein I in gelb. Aber eigentlich geht es um das Y und zwar um die Aussprache vom Y. Wir schreiben die Wörter mit Y, sprechen aber nicht Y. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Dies ist ein Dynamo vom Fahrrad. Du sagst ja nicht Y-N-A-M-O. Du sagst Dynamo. Überlege mal. Dynamo. Genau, so wird es geschrieben. Dynamo. Jack. 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 Genau, wird ausgesprochen wie Y. Pony. 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 Da wird das Y ausgesprochen wie wie ein I. Olympiade. Olympiade. Überlege. Genau. Yoga. Genau. Wie Y. Pyramide. Pyramide. Labyrinth. 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 Ägypten. 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 Hygiene. 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 Baby. Baby. Genau. Pass auf. Baby schreibt man mit A, weil es aus dem Englischen kommt. Memory. 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 Yacht. 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 Vielleicht fällt dir jetzt etwas auf. Wenn dir etwas aufgefallen ist, dann merke es dir gut. Schreib es vielleicht sogar auch auf und sag es deiner Lehrerin. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020